Spitzewenk Mein Führer Ach, unser! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie einen Angriff, Wenck sei unwahrscheinlich? Wenck hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ich spüre. Der Führer... Wenn Sie mit ihm sprechen... Er wird sicher auf die Frage eingehen, ob wir hier in Berlin bleiben oder nach Berchtesgaden fliegen sollen. Sie werden ihm doch zureden, abzufliegen, Herr Speer. Hör doch auf Sie. Überzeugen Sie ihn, Herr Speer. Wenn Herr Berlin nicht verlässt, ist es aus. Die Bolschewiken werden uns allen den Hals umdrehen. Spitzewenkzeiram. Famigling! Was ist das denn? Herr Speer, der Niematsche Delegation. Was hast du? Sie sind in der K Clear? Herr Dr. Pfeifen, Herr Spület! Kür sie sich in der Kiste knif monet. Herr Stöder! Sie sind in der Kiste. Ihr solltet mir mein Stab nehmen. Ihr solltet mich so, wie mein Stab nehmen. Das solltet ihr völlig gut sein. Ihr solltet euch das gut sein. Geht ihr euch, ihr habt ihr euch. Kommt ihr euch! Kommt ihr euch! Wir kennen uns. Wir haben uns in Kreml gewandert. Ich war dann auf der Namietskunde. Herr General, wie sind Sie? Ich sage Ihnen, dass Adolf Hitler und seine Frau erheben sind. Das ist Ihnen bekannt. Das ist unglaublich. Ich will mit dem Parlament in die Verhandlungen in die Verhandlungen über die Verhandlungen zwischen unseren Bundesstaaten, mit den den größten Verhandlungen in dieser Welt. Herr General, Sie würden Sie mit meinen Verhandlungen заключieren? Das ist meine Aufgabe. Dann sage ich Ihrem neuen Regierung. Berlin muss kapitulieren. Alle kapitulieren müssen оружie. Dann sprechen wir. Na kapitulieren meine Regierung nicht. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert. Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schicken. Es fehlt es für was es um... Egal! Egal! Was passiert? Wir werden durchhalten! Wir müssen Verhandlungen aufnehmen! Ich will auf, meine Herren! Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals! Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marshal Schukow auf. An Marshal Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Komm! 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 Komm!